Wie denkst du über Geld? Was ist Geld für dich? Was bedeutet Reichtum für dich? Willst du wirklich reich sein oder ist das nur ein Traum? Willst du nur ein bisschen angeben vor deinen Freunden oder vor irgendjemand anders? Reich sein bedeutet für mich überhaupt nicht, teure Autos zu fahren. Natürlich ist das schön und so weiter. Das ist ein kleiner Luxus obendrauf. Aber weißt du, was für mich wirklich reich sein bedeutet? Für mich bedeutet reich sein. Und das ist für mich das Wichtigste. Freiheit. Ja, wenn man die Leute fragt, was dein Geld ist, dann hört man meistens sehr viele Halbwahrheiten, wie zum Beispiel, Geld ist eine Währung. Das stimmt natürlich, Geld ist eine Währung. Was ist Geld? Und das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gelernt habe. Geld ist eine seltene Fähigkeit oder eine seltene Sache, die eine starke Nachfrage hat. Ja, nochmal, Geld ist eine seltene Fähigkeit oder Sache, die eine starke Nachfrage hat. Musst du jetzt Fußballspieler werden oder Profi werden? Nein. Wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann solltest du dich positionieren und sagen, okay, ich möchte in diesem Markt, in dieser Nische für die nächsten Jahre Geld verdienen. Und dann ist das Ganze relativ einfach. Um reich zu werden, dass es einen immensen Arbeitsaufwand erfordert. Und es erfordert immense Stunden, an denen du arbeiten musst und arbeiten musst und arbeiten musst. Und an denen du eben nicht vielleicht mit deinen Freunden irgendwas unternehmen kannst. Okay, ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du hattest Spaß. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir einen Gefallen und bewerte sie positiv. Schreib mir gerne einen Kommentar bzw. eine Bewertung. Und wenn du jetzt auch wissen möchtest, wie du dir nur mit deinem Wissen und mit deiner Geschichte ein hoch profitables Experten-Business im Internet aufbaust, dann habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. Und zwar meine 27 profitabelsten Nischen im Internet. Ja, ich habe viel Erfahrung gesammelt und ich habe ein kostenloses Buch für dich bereitgestellt. Und zwar die 27 profitabelsten Nischen im Internet für Experten. Dieses Buch möchte ich dir vollkommen kostenlos zur Verfügung stellen. Alles, was du dafür tun musst, ist, dein Handy zu nehmen und mir eine SMS zu senden mit deiner E-Mail-Adresse. Also einfach nur deine E-Mail-Adresse als SMS an die 0157 35 98 99 42. Einfach nur deine E-Mail-Adresse an diese Handynummer senden und ich sende dir mein Buch vollkommen kostenlos per E-Mail zu. Ja, alles klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann.